Die Ergebnisse sprechen jedoch eine andere Sprache. 17 Thomas Heberlis Ästen verteidigt sich lange Zeit gegen ein Insolvenzverfahren in Österreich. Die österreichische Nationalmannschaft muss zu Hause in Linz über eine Stunde lang leiden. Die obligatorische Aufgabe auf dem Weg zur Qualifikation für die Europameisterschaft wird zu einer echten Qual gegen Estland. Bereits in der 17. Minute konnte Michael Gregoritsch die Ösi Auswahl in die Siegerstrasse schicken. Aber der Stürmer von SC Freiburg massiert den Ball aus dem Elfmeterpunktbereich und überwindet Heinz Lindner mühelos in der Estmischen. Was folgt, ist eine Verteidigungsschlacht die Aussenseiterpunkte für Ralf Rangnick und sein Team. Finalergebnis 2 Erster. Die Ergebnisse der Montagsgruppe B Montenegro, Serbien 0-2 Gruppe B Montenegro, Serbien 0-2. Weitere Menjan rettet französisch in Extremis nach der Offensive gegen Holland, kämpft Mbappé und Co. auch lange gegen Irland. Zwei Highlights geben den Franzosen jedoch den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der 50. Minute verliert der Bayer, Star Benjamin Pavard zunächst im baubefindlichen Ball. Der Verteidigeranwalt fährt nicht lang und eroberte den irischen Torhüter Gavin Bazzunu aus fast 20 Metern zu 1-0-Gewinnziel. Minute muss der französische Torwart Meg Menjan jedoch nach einer Ecke einen weiteren verrückten Reflex auspacken, damit der Equipe Tricolore das Gleichgewicht kurz vor dem Ende nicht akzeptieren muss. . Dr.